So, hallo, wir machen weiter bei Portal Stories Mel. Das letzte Mal sind wir in eine alte Teststrecke gerückt worden. Die war wohl von GLaDOS, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, okay, man sieht es gar nicht mehr. Und wir haben sie jedenfalls geschafft. Und gehen wir jetzt wahrscheinlich weiter. Wir sind halt jetzt in diesem Bereich, wo hier überall Pflanzen und so weiter sind. Deswegen eine alte Teststrecke. So. Ja gut, da hätte ich jetzt auch die Aufnahme. Nee, hätte ich auch mit der Aufnahme warten können, bis ich da oben bin. Aber okay. Ich war mir nicht sicher, ob da nochmal ein Text kommt. Deswegen habe ich sie lieber hier gestartet. Hat ja nicht lange gedauert. So. Nummer zwei ist das dann jetzt hier. Nee, Nummer drei müsste das jetzt schon sein, oder? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zweite drei war. Zwei. Es scheint, dass er ziemlich gut an unsere Aktionen adaptieren kann. Wir müssen einen Plan machen, um ihn zu nehmen. Halt auf. Aber lass das mir zu sagen. Du kannst diese Tests weiter lösen. Okay. Okay. Halt auf. Hier sehe ich schon Flächen. Huch. Nicht legen. Ähm. Gut. Wir wollen da hoch. Das ist klar. Da ist vermutlich auch was zum Drücken. Das dreht das um. Okay. Das dreht das um. Das hier bringt mir einen Würfel. Der jetzt nicht da drin gelandet ist, oder? Ne, da landet irgendwo. Na gut. So würde ich weggedrückt werden. Ich will aber hingedrückt werden. Wie komme ich da hoch? Ich bräuchte jetzt was, was ich hier draufstellen kann, damit es hier so bleibt. Dann käme ich dahin zurück. Hm. Habe ich aber gerade nicht. Das ist so natürlich auch alles unfug. Was haben wir denn da noch so ein bisschen? Ich kann halt auch nirgends da gucken. Das hier ist auch Quark. Oh, warte. Ah. Alles klar. Er könnte treffen mit ein bisschen Glück. Das ist ja. So, waiting ist die hardest part. Oh Gott. Dum-di-dum. So. Ja, jetzt müssten wir halt noch irgendwie... ...den Würfel wieder bekommen. Jep, ich weiß auch schon wie. Gut, das ist ja gar nicht mal so schwer. Okay. Zack. Dann machen wir einfach... ...hier ein Portal. ...hier ein Portal. Ich wollte da... Ach. Fuck. Das war jetzt nicht so gut durchdacht. Äh. Wait. Wait, 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 wait. Da ist ja das Gitter. Ich wollte das jetzt hier so durch und so und dann ist cool. Ah, pff. Puh. Weil hier drüben ist ja auch so eine Portalfläche, ne? Und da hätte man jetzt nämlich schön... ...aber geht jetzt nicht mehr. Ich kann den jetzt nur hier runterdrücken. Ah, shit. Jetzt habe ich doch noch einen Denkfehler drin. Scheiße. Ach. Blöd. Ja, der ist weg. Tschüss. Aber es kommt automatisch ein neuer. Das ist schon mal gut. Vielleicht kann ich das irgendwie zu meinem Vorteil nutzen. Wow, ich dachte gerade schon, der lässt mich fallen. Das wäre nicht so schön gewesen. So, kommen wir jetzt von hier aus irgendwie da rüber. Ich wüsste gerade nicht wie, ohne dass wir das drehen. Aber wir können ja das nochmal einfach zurücksetzen. Wir können das ja einfach nochmal zurücksetzen. Dankeschön. So. So. Angezogen wird er nur, wenn er orange ist. Ich muss also eine Möglichkeit finden. Ja, oder ich kriege es halt hin, dass er weggedrückt wird. Und zwar durch dieses Ding da oben. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Aber dafür müsste ich irgendwie den Würfel so fallen lassen, dass er gleich da drin landet. Weil wenn ich hier drüben bin. Ich muss da drüben stehen. Ich komme ja da gar nicht anders rüber. Oder ich gehe mit dem Würfel da durch. Oh, fuck. Ja, natürlich. Ja, das ist es. Gut, meinetwegen. Meinetwegen. Er kommt ja automatisch nach. Jetzt muss ich... Ach, jetzt muss ich aber erstmal ihn hier wieder verschwinden. Lassen. Das ist das gleiche Spiel wie vorhin. Und jetzt muss ich das nur da oben hinsetzen. Und das haben... Und dann haben wir es. Ai, ai, ai. Das hätte ich schneller haben können. Naja. Das hätte ich ein bisschen schneller haben können. So. Zack. Und durch. Hey, Mel. Ich frage mich gerade, ob ich ihn jetzt auch mal sehen könnte. Wenn er mit mir reden kann. Wenn wir nach einer Turretproduktion-Line gehen können, können wir freundliche Turret produzieren. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin. Hm. Aber der ist doch da nicht zum Spaß. Und dann komme ich halt nur da hin und dann... Dann komme ich halt nur da hin und dann... Wie geht's denn schon. Gut. Mhm. So kann ich den Laser umlenken. Aber wohin? Wohin, wieso und warum? Was ist mein Hauptziel? Das ist immer erstmal ganz wichtig, das Erste rauszufinden. Da fällt ein... Was für ein... Da fällt ein Umlenker rein oder... Ne, normaler. Ganz normaler. Ich will wohl da oben hin. Das sieht interessant aus. Da wäre ich... Zumindest war ich da noch nicht. Ach, da fällt jetzt die ganze Zeit. Ja, okay. Meinetwegen. Ahem. Wo bin ich? Wie stehe ich? So stehe ich. Okay, was macht das jetzt, als das dreht das um? Okay. Aha. Ich will also sowohl da hoch, als auch da anscheinend nochmal zwei Schalter drücken und keine Ahnung was alles noch. Okay. Okay, ich komme ja hier raus. Was hat das nochmal? Ach, das hat das hochgefahren. Ich weiß aber noch nicht, wohin der Laser soll. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich dann da oben irgendwo hin. Ich schätze einfach, das haben wir noch nicht gesehen, wo der hin soll. Ähm. Aber hier scheint es mehrere Sachen auszulösen. Also dieser Schalter hier löst mehrere Sachen aus. Der löst zum einen das Gitter hier aus. Aber noch irgendwas. Wie komme ich denn da wieder rüber, ist die Frage. Ich würde da gerne wieder rüber kommen. Okay. Aber dafür müsste das Gitter ja da... Ah, shit. Ich glaube, ich habe schon ein Problem. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm. Da hast du auch keine Porta... Achso, ich kann ja mit dir jetzt noch irgendwas bestimmt anstellen. Du drückst mich... Ja, natürlich, mit dir komme ich da wieder rüber. Natürlich. Du drückst mich ja aktuell weg. So, jetzt sind allerdings alle Schalter alle kaputt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie so arbeiten. Dass ich die Portale nicht mehr verliere, wenn ich hier eins gesetzt habe. Praktisch, wenn ich das hier setze, darf ich das nicht mehr verlieren. Aber wie soll ich denn jetzt... Den Würfel da rüber bringen können? Zum Beispiel. Warte mal. Im Moment kann ich eigentlich die Portale verlieren. Das ist das da allerdings... Ja, fuck. Das ist das da weg. Ist nicht so gut. Das ist eher hier drin. Und ich komme da nicht mehr durch. Oh, das sehe ich jetzt erst. Okay, Kommando zurück. Ich komme da erst mal hoch. Ich komme da erst mal hoch. Dann können wir uns erst mal weiter umgucken. Dann haben wir vielleicht noch nicht alles gesehen. Ja, dann ist das jetzt hier oben erst mal aus. Okay. Und ja, eindeutig der eine. Okay. Dieser Schalter hier muss auch gedrückt sein, damit hier die Tür offen ist. Also das hier muss gedrückt sein. Und hier muss ein Laser hin. Und was machst du? Du gibst mir den zweiten Würfel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Zwei Würfel sind schon mal besser als eine. Dann kann der nämlich einfach hier bleiben. Wir bringen dich jetzt erst mal da durch. Und dann... Dann werde ich jetzt erst mal wieder mich da rüberbringen, denke ich mal. Ja. Das soll jetzt eigentlich relativ klar sein. Soweit zumindest. So. Jetzt ist schon klar, ich brauche noch mal einen Würfel. den ich hier drauflegen kann, damit dieses Ding hier... Oh, ich habe eine Idee. Das sollte funktionieren. Aktuell werden wir ja eingezogen. Werden wir nicht. Ach, er liegt ja drauf. Ähm. Ja gut, aber er kann ja auch einfach so durchlaufen. Ich habe nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. So. Zuck. Jetzt müssten wir das nur irgendwie so regeln. Ach, das ist noch nicht ganz perfekt. Alles kriegen wir hin. Wenn er eingezogen wird... Wie kriege ich dich jetzt hier hoch zu mir, Freund? Und... Ach so. Easy. Manchmal kann es auch so einfach sein. So, und jetzt hoffe ich, das haut einigermaßen hin. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es zwingend so gedacht ist, sondern dass man das noch ein bisschen anders lösen kann. Aber wenn jetzt da unten liegen bleiben würde... Wäre es cool. Sonst habe ich ein Problem. Ich kann mir doch einfach mal... das hier... Perfekt. Okay. Gut. Dann haben wir den jetzt auch gelöst. Und wir haben auch die 20 Minuten. Das heißt, wir hören hier auf. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.